Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands wieder mit den beiden verrückt und ich weiß gar nicht was wir machen erklärt ihm den Tragebuch sammeln Aja, Tragebuch sammeln wie immer und fahren Mäuschen ist wie nur Beifahrer und ich werde mich hier den nächsten Parts mit sprechen mal ein bisschen zurückhalten und ich versuch's zumindest ähhh, keine schlechte Idee glaube ich Da in Headlands, ich hab keine Ahnung wie dieses Gebiet hier funktioniert l Hauptsache ich habe irgendwo lange gehofft dass wir ankommen Er ПотомуSC!!! Aja weiter runter, weiter runter runter? weiter runter und dann links Nein, und dann rechts rechts Rechts, rechts, rechts Rechts, 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 rechtsарagar Das kann ich gran nicht Ja ne hat mir grade ein bisschen eine nette durch gonna Du bist jetzt auch sehr leise geworden Ja, das, das, das beruhigt sich schon wieder. Okay. Ich hol das Teil. Mach mal. Ich komme raus. So schnell kann ich nicht schießen. Moment. Holy shit sind das viele. Ja. Okay. Hier ist irgendwo ein verfickter Rack, der mich die ganze Zeit noch angreift. Der ist toll. Oh mein Gott, ihr seid so laut, ich muss euch kurz mal leiser stellen. Was habt ihr eigentlich mit den Autos gemacht? Ähm, ich saß, ich saß zu lange drin. Okay, das ist ein Übergang. Äh, schwarzes Red Quest haben wir hier nicht, dass wir gerade frei sind. Das heißt, da ist sogar ein Verkaufsautomaten. Das heißt, wir hätten eine Munition kommen können. Ähm. Das heißt, wir müssen jetzt noch da unten. Ja. Und, ähm, Scooters gebrauchte Autoteile waren glaube ich auch in der Nähe. Die waren genau da. Äh. Und Schnitzeljagd, die ist... ...noch weiter unten. Das heißt, wir machen jetzt das Tagebuch weiter. Okay. Oh jo. Oh jo. Gott, ich dachte, ich stirb heute nicht. Ich muss das ausbauen lassen. Nee, ich kann so ein bisschen weiter nach rechts gehen und fass gleich runter. Ja. Hör mal, hab ich eigentlich noch kurz, wer ist auf Lüster? Ja. Okay. Dann hätte ich noch mal raus als Volk. Gehe weiter nach rechts. Okay, dann hätte ich jetzt nur noch so. So? Oh god fucking. Gott, unser Auto stirbt gleich. Ach, post. Nein, wir sind jetzt klar, wir müssen ja aussteigen. Ich wurde nicht mal gegen eine Wand gerammt. Oh mein. Ja, siehst du, Kirsche? Ich hab wirklich so viel Leben. Voll geil, ja. Danke. Ich bin voll chillt. Das ist richtig schlimm, wenn du so klüsterst. Also kurz auf und direkt das Mikro rein, oh mein god. Doch, das klingt voll, voll, voll. So, als wärst du in meinen Ohren drin. Das klingt viel zu laut, sag mal vor allem zu. Ja, es wird wirklich lauter, stimmt. Ja, weil ich kann's da rangehen. Gott, es ist so laut, lass das bitte. Sorry, besser. Nein. Ja, kann man machen. Gott, warum nicht? Weiß ich noch nicht. Gott, alter. Äh, ich kriege übrigens auf dem Boden. Ah, danke. Ja. Gute Besserung. Guck mal, der Hauptschild pinkes Fahrzeug. Ich hab auch total gefunden. Das ist umständlich gelbe. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Das ist skipping bei mir. Hm, der kleiner Pester. Ich hasse die Pester. Gott, du bist richtig laut geworden, das ist richtig schlimm. Geht doch voll. Wahrscheinlich hat sich mein Sound automatisch angepasst, als ich leiser geworden bin. Nachladen. Ey, jetzt reicht's. Jetzt gib es aufs Maul! Gott, dieses Geschütze hat so viel ausgehalten, meine Sniper... Oh mein Gott, ich hab ohne Sniper abgesammelt. Jetzt leg den Hacken, du Pisser. Und die Detonelte, das ist gut. Oh, danke. Wem päffe ich jetzt? Ich lebe wieder. Danke. Gut. Ich dachte schon, ich müsste arbeiten. Nein, Freddy, du bist Langzeit-Arbeitsplatz. Ja. Du bist akut arbeitsloser als ich. Oh mein Gott. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Was ist das für eine Stoßstange? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt seit drei Wochen arbeitslos. Ich rede doch nicht von der Zeit her, sondern vom arbeitslosen Zustand. Ich arbeite. Ja, hast du vorher nicht. Ja. Ich rede nicht von der langen Zeit. Ich rede nur vom akuten Zustand. Freddy, du bist trotzdem langzeitarbeitslos. Achso, sorry. Einfach, weil ich das in den Raum geworfen habe. Ja. Einfach, weil ich Fachabitur habe und Kishi nicht. Genau. Okay, da ist der nächste Übergang. Äh, da oben liegt irgendwas. Fuck you. Fuck you, Gürtel. Oh Mann, ey. Okay. Wie ist eigentlich schon langzeitarbeitslos zu sein? Geil. Ah. Detonating. Ich probier's einfach mal aus. Anstatt meiner... SMG, die ich sowieso nicht benutze. Ach, das ist Spy. Und Karte. Schade. Es ist um unserem Blut zu husten. Was? Na. Schmarrn. Okay. Schmarrn. Das ist gut. Das ist super. Das stärktes Immunsystem. So, hintere Stoßschocker nochmal. Äh, hier. Die platze ich ewig leise. Ja. Tut mir leid, ich rede mal wieder, damit das hier normal wird. Danke. Danke. Ist das schon besser? Ist das schon besser? Ja, ist das schon gut. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist ein Shop. Tatsache. Der verkauft keine Munition, sondern nur Waffen. Äh. Ich such da mal heute noch einen Teil. Da unten ist noch ein Teil. Da unten ist noch ein Teil. Wirklich mit nicht genug Platz. Ist das mal gut? Na. Schmarrn. Was schmarrn. So. Äh. Hier ist noch ein Maschinengewehr im Grunde, von dem man möchte. Und hier ist dann noch die letzte Brennstoffzelle. Was aussieht wie ein Rucksack. Gut, dann haben wir das auch noch. Äh, wo müssen wir die abgeben? Am Arsch der Welt wahrscheinlich. Äh. Ja. Das heisst, wir machen das Tagebuch weiter. So. Hallo. Hallo. Hi. Machst du was an meinem Chakri kaufen? Das ist meine Zigaretten fertig gehockt. Du hoffst so hoch ihn bitte. Ich möchte aber nicht aufhören zu hoch ihn. Aber das Chakri. Aber ich spritze dir auf die Musche. 250 Gramm. 50 Gramm. Ich versuchte sie. Konzolene Wurst knoscht. Wie kommt durch das Schweizerdeutsch mit so rauer Stimme an? Geil. Ja, es kommt irgendwie gut. Ich bin direkt detoniert. Wenn du verstehst du es mal? Oh, yeah. 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 Das klingt krank. Also, wörtlich. Nicht so krank. Oh, krank geil. Äh. Also ich richtig klon darf im Fahrzeug zu spawnen. Ja. Ja. Ich weiß überhaupt nie, wohin geht's. Oh, shit. Oh, shit. Ich hätte nicht reinfahren sollen. Ich hätte nicht reinfahren sollen. Hallo. Los, Kisch. Ich stürme nach vorne. Ich mach Sachen. Ich komme. Also ich tue das, wenn ich Sachen mache. Wenn ich sie sehe. Ja, fuck. Explodiere ich beim Schlagen? Ja, du hast ein Explosionsartefakt drin. Oh. Wahrscheinlich. Schock. Gut möglich. Schock hat er drin. Die Scheiße aus dir raus. Nee doch, Explosion ist okay. Ich kriegst Haken wie ein Fisch. Was? Fisch. Hei auch. Das war die Kischi nicht. Nein, Kischi, du schlägst Haken wie ein Hase. He. He. Ah, aber so gut. Es stimmt alles. Mein Programm hat's geschafft. Programm! Ich bin mir jetzt sicher, dass die Kammer hier ist. Dass das Symbol etwas damit zu tun hat, wie man sie öffnet. Wow, danke Tennis. oh ja krank was müssen wir jetzt eigentlich machen einen tagwurfen hast du die ganze zeit noch geredet ja auch so sehr eingeredet haben wir nicht sorry kein problem mir hatte sie auch aufgehört das ok kenne ich noch spaziert mach ich eigentlich hier oben weiß ich nicht los ok ich komme so wo müssen wir jetzt lang aber hier gg komm irgendwo los holy fucking shit was da passiert ich komme ich bin ein wichsviech kaiser 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 ist da kaiser 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 schmerz ich kenne es nicht, ich wollte nur eine normalen Spielung machen kennt man das anders von mir? weiß nicht ob sie geklappt hat ich schütze mir eher nicht ah fuck, jetzt habe ich Lust auf Seed bin gefallen kriegt ihr das hin oder? äh, ich eventuell hin knallhart das beide einfach drüber den kann aber nicht ah, sieht nicht so gut aus Mishu, hast du Ulti ready? ich kann sofort auf F drücken ich glaube sie sollte gehen nein, sie geht nicht, egal wie oft ich F drücke fuck scheiße oh Gott, Dead Sanitätergott Dead Sanitätergott das Problem, ich bin gleich wieder tot fucking motherfucking, wann kann ich endlich wieder F drücken ich bin gerade weg ich treffe die ganze Zeit dauerhaft F, weil ich hoffe, dass sie enden funktionieren nicht, ja das ist ein Kreiselficker oh ja das hier ist ja auch ein Spider-End Verführer oh, ich kann prügeln ich kann prügeln, wenn ich nicht weggeschossen werde, weil das geht nicht mehr ich habe ihn einfach getötet nice next level mehr ich weiß noch mal nicht so viel mancher Sniper, Alter ich habe kaum noch Schuss ach, das hängt in der Luft ich denke ein Teil der Schellick das ist verschwunden oh mein Gott, das ist tot was? Iridian 0001 hä? das ist für Kirschi, ne? ja, was? das haben wir jetzt zum zweiten Mal schon gefunden ah, ich wollte jetzt nicht noch einsteigen erst mal wieder aussteigen ich habe dein Brand-Artefakt nochmal gefunden, ne? oh! cool nein, du hast es schon ja, trotzdem überall kann ich es nicht verpassen Gott, ey Gott, ey ey, dieses, ey hört auf da und rumzufahren, ihr scheiß Droideka Droideka? Star Wars Star Wars Anspielung Gott, ey, die sind total das werden nicht weniger die werden immer mehr kann ja sein, dass die endlos sind hoff ich doch ich gebe denen endlos also der brennend ist gleich hin das war einlos viel Sperrme in der Narsch warum erfahren wir die nicht einfach? klappt das? eigentlich eine gute wo, zum Teufel ist unser Fahrzeug äh, mich glaube ich nicht dann mal, meinst ist kaputt gegangen ich hab auch noch eins kaputt gegangen ich hab auch noch eins kaputt gegangen Moment mal, vielleicht soll ich schieben das wäre ja, das wäre keine schlechte Idee würde ich auch mal sagen aber okay, schieb ich gehe davor wir sind zieht und das ist unser Gebiet singen den Kabayiros auf dem Bombing-Beat ich bin einiger ich bin einiger für alle Seed-Fan wieso kenne ich das nicht? eins der geilsten Seed-Lieder ich erkenne es nicht ich schieb mir nicht du kleiner Pisser singen den Kabayiros auf dem Bombing-Beat kennst du nicht? ne ich muss mal nachher gucken ob ich das noch auf dem Computer habe dann mache ich das als Abschluss-Lied für streamen solltest du in dem Zustand streamen? ich weiß auch nicht ich hab morgen ja noch einen Tag Touch-Lied soll ich das nächste Tagbuch schon anmachen oder campen wir noch hier? äh, kannst du anmachen okay wär gone besser Ja, hier ist auf alle. So. Neue Timer. Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Ich schalte dich an! Wo wollen wir erstmal nach New Haven und die Quests abgeben? Ich würd mal irgendwie machen die SMG noch. Gewuscht wie Leona. Nein, Kishi, du magst den LoL Champion gar nicht so gerne. Äh, Leona, den LoL Champion. Ah, statt Leona, Leona, was aber du meinst? Das sag ich dir jetzt mal, wenn du Leona sagst. Geh mal ein bisschen weiter. Könnt ihr euch nicht einfach mal in der Mitte halten? Nein, das geht nicht so leicht, wie du es dir vorstellst. Wir sollten dich mal schieben. Haben wir schon mal gemacht, das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Außer, dass du dauernd weggeflogen bist. Einmal bin ich weggeflogen. Fünfmal? Weil ihr um eine viel zu stark Kurve gefahren seid, wo ich auch immer ganz knapp aufpassen muss. So. Also, bei mir sieht man jetzt die interessanten Gesichter von Freddy und Kirschi. Äh, wir müssen hier rein. Einer? Einer. Gott, ey! Geh... Geh... Ich geh hier rein, instant getroffen von irgendwas. Ja, ich geh da rein, will den Typen grad in den Kopf schießen und grade geht er da in seinen Angriffspose, bewegt's einmal in die Welt nach unten, ich treffe ihn nicht mehr. Oh, der Kopf ist weg. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir auch fest, oder? Nice. Oh Gott, ich brauch unbedingt mein Kampfzwerg wieder. Das hab ich noch nie gesehen und sah richtig geil aus grade. Was? Hast du das gemacht? Äh, irgendeiner wurde zu Tode geschockt und sein Schädel ist aufgesprungen. Ach, das war wahrscheinlich meine Waffe. Ja. Ich hab die Waffe mitgenommen, die du als schlecht beurteilt hast. Ja, das ist anscheinend doch keine so schlechte. Doch, ist sie. Sie braucht extrem lange. Oh, voll geil, ja. Und ich hab das auch gehalten. Sein Schädel hat sich auch... Sein Schädel wird einfach... Der ist dann einfach nur... Der ist einfach nur ein Schädel da. Ja, man sieht halt den Schädel, aber bei mir sind auch Teile davon abgesprungen. Ja, bei mir auch. Und die Augen fielen draus. Ja, genau. Das hab ich jetzt nicht gesehen, weil ich weiter weg stand. Und dann ist der Schädel noch weggeplatzt, dass du drüber gelatscht bist. Das war richtig geil, ey. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin so gekommen, Alter. Irgendjemand muss da runterfallen. Ich versuche da rüber zu springen. Ich hab's nicht geschafft. Worüber? Hier kann man nicht hoch. Klar kann man hier hoch. Oh ne, man kann hier nicht hoch. Ich bin wieder ganz schön. Einer muss da runter springen. Keiner muss da alle springen hier hin. Ja, wohin denn? Hier hin. Kirschi kommt, du kommst da noch hin. Kirschi spring nochmal hier hin auf das Dach zurück. Nicht von da aus. Das hat nicht so gut geklappt bei mir. Was, wie, was? Welches Dach jetzt? Hier, da. Da auf dieses kleine Dach braucht dieses grüne Dinger oben Licht. Ja, da müssen wir hin. Das brauchen wir. Dankeschön. Ach, bitteschön. Was ist das? Ja, hier hinten ist ein Automat mit Dingsons. Oh, die. Munition. Ja, Munition. Oh Gott, Alter. Hier gibt's das nächste Upgrade. Direkt kaufen. Sniper Rifle. GG. Ich krieg hier jetzt die nilanden. Kann ich? Ich auch anscheinend. Ich kann's mir nicht leisten. 60.000 hab ich grad dafür bezahlt. Für welche hast du? Und welche hast du? Ja, ich kann mir nichts leisten. Also die Liren hab ich noch gar nicht. Ich hab die blauen vorher. Ich hab mir grad nilandes gekauft. Ich auch, eins. Ich auch und hab jetzt nur noch 22. Ich hab noch 315. Oh. Weil ich noch Revolumundizum kaufen muss. Oh. Ich hab noch 91 Money. So meine Freunde. So. Sag mal. Wenn man Langzeitsarbeitsloser wird, wird man gleichzeitig Scott Malkinson? Ja, wird man dumm. Ah. Deswegen. Äh. Wo ist die nächste Portstation? Wir müssen doch zurück nach New Haven. Ich hab keine Ahnung. Was sagt denn euch der Timer? Ich hab keine Ahnung. Gar nichts mehr. Der ist nicht gestellt. Eine Minute. Äh. Ok. Ich hab auch wieder volle Munition. Du denn? Was? Du denn? Äh. Wir müssen gleich noch ein paar aufnehmen, dann haben wir genug für nächste Woche, ne? Äh. Ja. Ok. Das hier ist ne Dingstation. Ne Wettstation? Ne Renewstation. Ne Alkoholikastation. Ach, ich will ja noch einer mitfahren aus euch jetzt allein dahin von seiner Verporten. Mach mal. Könnt ihr einfach ein eigenes Auto holen. Verporten, ja. Oh geil. Eigenes Auto. Hahaha. Da geht's nicht lang. Ach egal, dahinter ist noch einer. Geh ich schon hin. Hoffe ich. Krieg's nicht hin. Der riesige Schatten. Ja, von der Windmühle. Das war jetzt schon nicht geplant, zwar war cool alles. Wir müssen noch in halben Minuten den Part einfach überziehen mit dem, also eine Quest abgeben. Ja. Weil wir müssen noch nicht extra ein Part fahren, weil wir am Anfang dafür verschwenden müssen. Wir müssen hier noch hinfahren. Rein. Ich glaub ich hab ne Pautstation gefunden. Nein, das ist mein Ding. Das geht nicht. Ich bin jetzt neben dir Freddy. Nice. Beide soweit weg. Ich glaub ich beide eins sind wieder. Spawnt. Neuhaven. 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 Hellsmall. Du redest von dunklem Apfelsaft. Nein. Du bist 18, ich mach das nicht mehr. Ich trink weiß Apfelsaft. Zitronenmischung. So, Sub-Machine Gun abgeben. Backslam. Großartig, hier ist dein SMG. Wir kriegen ein neues SMG, die... Nächstes Level. Tristos anscheinend. Und ein Tagebuch. Was steht da als Text? Danke, dass du meine Tagebuchaufzeichnung dafür gebracht hast. Ich weiß bla bla bla, dass du irgendwas hast. Und du musst alles dafür tun, dass du das gehört wieder vergisst. Diese Aufzeichnungen sind privat und sehr persönlich. Dankeschön. Wo ist unsere Waffe, die wir dafür gekriegt haben? Inventar. Welche ist das? Ist doch nicht. Äh, Terrible SS. Das ist einfach irgendeine SMG. Das ist kein Speziale. Okay, das heißt, eins haben wir, glaube ich, noch bei Helena Pierce, was wir abgeben müssen. Ach bei... Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Guck mal, Jesus Scheiß. Was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? Ja. Hier müssen wir nichts abgeben, sorry. Ähm, ich bin gelevelt. Level bei Scooter. Hätte ich was doch anmachen können, aber ich wollte nicht. Checkmate. Plus 320 Nahkampfschaden. Achso, wir müssen beide bei Scooter abgeben. Danke, Mann. Das mit diesen Teilen werden die Pumas wie geschmiert dürfen. Jemand muss sie als Mietwagen missbraucht haben. Wissen Sie zu etwas drüber? Nein. Schmarrn. Ach, Schmarrn. Gelder. Jetzt weißt du, was ich mit Scheiße meinte. Aber nun. Das sollte wieder in Ordnung sein. Danke. Ich muss jetzt nur noch jemanden bestechen, damit dort die Arbeit weitergehen kann. So. Und wir haben eine neue Pistole. Eine Milch-Explosion. Äh. Sieht ganz gut aus für mich. So würde ich sagen, Leute. Ich hoffe, der Party gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Tschüss.